Ich bin 18.000 Jahre alt, wurde auch hier gefunden, also ein echter Beklauch. Ich wollte es unter dem, ob ich es mehr vorstellen kann, wenn es sich vielleicht gibt, es gibt eine Porträtanschau, die sieht jetzt zwar auch wie Arten nicht aus, Arten, aber Vegetarier. Stufälligerweise ist Vegetarier auch nicht. Das war ein kurzer Sommer, es war sehr eckige, sehr lange Winter, das heißt es gab zu wenig Nahrungshandgebot, zu wenig Nahrung im Sommer bedeutet gar nicht mehr, was sie auf den Mittag.